Warum haben andere Länder eigentlich nicht geholfen, gegen Voldemort und die Todesser vorzugehen und zu kämpfen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Voldemort, den Zaubererkrieg und die magische Gemeinschaft im Rest der Welt. Voldemort war vielleicht der mächtigste dunkle Zauberer in der Geschichte der Zaubererwelt. Er beherrschte die Magie nahezu uneingeschränkt. Im Kampf Mann gegen Mann konnte er einem Gegner mühelos die Kehle durchschneiden, ohne ein Wort zu sagen oder seinen Zauberstab zu ziehen. Und wenn seine eigene Sterblichkeit auf die Probe gestellt wurde, konnte er dem Tod immer wieder ausweichen. Also, wenn Voldemort eine solch große Bedrohung war, warum haben andere Zauberer und Hexen aus der internationalen Gemeinschaft der Zauberer nicht einfach freiwillig geholfen, um ihn zu bekämpfen? Warum haben in diesem letzten schrecklichen Jahr des Zweiten Zaubererkrieges keine anderen Länder versucht, Großbritannien zu helfen? Zu dieser Zeit gab es mindestens elf Zauberschulen auf der Welt und Dutzende von magischen Regierungen. Und alle beschlossen, die Verteidigung Großbritanniens einem Teenager namens Harry Potter und seinen verängstigten und traumatisierten Klassenkameraden zu überlassen. Aber warum hat sonst niemand geholfen? Heute werden wir versuchen, diese und noch andere Fragen zu beantworten. Die erste Theorie ist folgende. Sie wussten es einfach nicht. Das ist zwar nicht die beste Ausrede, aber sie würde in einigen Punkten durchaus Sinn ergeben. Während des Zweiten Zaubererkrieges und in den Jahren davor haben Lord Voldemort und seine treuen Todesser ihr Bestes gegeben, um im Schatten zu operieren und zu kämpfen. Nachdem sie aus ihrem ersten gescheiterten Feldzug gegen das Zaubereiministerium in den 1970ern und 1980er Jahren gelernt hatten, wussten Voldemort und seine Verbündeten, dass ihre beste Chance auf Erfolg darin bestand, Doppelagenten im Ministerium selber zu platzieren. Und wenn die Mitarbeiter des Ministeriums nicht freiwillig für Voldemort arbeiten wollten, war der dunkle Zauberer mehr als glücklich, sie mit dem Imperiusfluch zu belegen und die jeden ihrer Schritte durch dunkle Magie zu kontrollieren. Wenn man an Voldemorts Übernahme des Zaubereiministeriums in den letzten Jahren denkt, erklärt das leicht, warum andere Länder nichts davon wussten. Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die innenpolitischen Probleme dieser Regierungen richten, können wir noch viel mehr Gründe finden. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, hatte fast jede Regierung ihre eigene Muggelregierung und dann noch eine separate, entsprechende magische Regierung. In Ländern wie Großbritannien und den USA sind diese Doppelregierungen ziemlich leicht zu erkennen, da wir ihnen in den Filmen und den Büchern begegnet sind. Es gibt über 190 Muggelstaaten auf der Welt und die Zauberergemeinschaften natürlich dazu. Aber viele magische Regierungen halten sich nicht an die gleichen Grenzen wie ihre Muggelkollegen. Was ihre magische Regierung angeht, so haben einige Länder sogar ganz andere Grenzen, was ja auch durchaus Sinn macht. Nach jahrhundertelangen Kriegen gewannen und verloren die europäischen Länder häufig Territorien, was von den lokalen Zaubergemeinschaften oft ignoriert wurde. Die wechselnden Grenzen ihrer Muggelnationalstaaten waren nur ein Ärgernis für die Zauberer, die sich damit begnügten, ihre traditionellen Besitztümer zu behalten. Das bedeutet, dass es vielleicht sogar mehr magische Ministerien als Muggelkongresse gab. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was hat das alles mit Voldemort zu tun? Nun, wie ihr sehen könnt, gab es hunderte andere Zauberregierungen und sie hatten ihre eigenen inneren Probleme zu bewältigen. Wahrscheinlich gab es noch viele andere dringende Angelegenheiten in jedem einzelnen Land. Und vielleicht standen viele andere Länder genau wie Voldemorts Kampagne gegen das britische Zaubereiministerium vor ihren eigenen Bürgerkriegen. Selbst wenn sie das Geflüster von Voldemorts Rückkehr gehört hätten, hätten sie nicht einfach die Macht gehabt, um dem weiter nachzugehen. Voldemort war keine internationale Bedrohung. Auch wenn Lord Voldemort eine schreckliche Bedrohung für das britische Zaubereiministerium darstellte, war er vielleicht kein würdiger Gegner für andere Länder. Selbst während des Ersten Zaubererkrieges, als Voldemort seine Feldzüge gegen britische Zauberer und Hexen führte, bezog die internationale Konföderation der Zauberer keine nennenswerte Position gegen ihn. Eigentlich waren die Vereinten Nationen und auch die internationale Konföderation der Zauberer für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen seinen Mitgliedstaaten verantwortlich. Wenn Voldemort also die Macht in Großbritannien übernehmen und sich dann anderen Ländern zuwenden würde, um sie zu erobern, wäre es Aufgabe der internationalen Konföderation der Zauberer ihn aufzuhalten. Doch den wenigen Aufzeichnungen zufolge, die uns vorliegen, hat die internationale Konföderation nicht einmal ein Komitee einberufen, um eine konzentrierte Verteidigungsstrategie für den Fall zu diskutieren, dass Voldemort in andere Länder vordringt. Aber wenn man sich ein Land auf der Welt random aussuchen würde, hat man etwa eine 10%ige Chance, ein Land auszuwählen, welches sich im Moment in einem Bürgerkrieg befindet. Und obwohl wir keine vollständige Liste der historischen Aufzeichnungen der internationalen Zaubererwelt haben, ist es nicht wirklich schwer, sich vorzustellen, dass Bürgerkriege und interne Streitigkeiten auch unter Zauberern und Hexen nur allzu häufig vorkamen. Wenn es um Muggel ging, haben sich viele Länder nicht eingemischt. Auch wenn Bürgerkriege und Unruhen zu unvorstellbarem Leid und Blutvergießen führten, wurden die meisten Bürgerkriege ohne Einmischung der Nachbarstaaten geführt. Der Grund dafür war einfach. Der Versuch zu helfen machte alles nur noch schlimmer. Schlimmer für die Nachbarstaaten und auch oft für das eigene Land, in dem der Bürgerkrieg geführt wurde. Und diese Nicht-Einmischungs-Philosophie war bei den Regierungen der Zauberer noch stärker ausgeprägt als bei den Muggeln. Der Magische Kongress der Vereinigten Staaten war eines der isoliertesten Regime der Welt, aber diese Werte wurden auch auf der ganzen Welt geteilt. Sie wollten einfach ihr eigenes Volk vor der Verfolgung durch die Muggel schützen und wollten nicht ihre Sicherheit riskieren, indem sie offen Kriegsparteien auf der Welt unterstützten. Wenn die internationalen Zauberergemeinschaften nicht in Großbritannien interveniert haben, weil sie dachten, es ginge sie nichts an, dann müssen sie auf eines Bestimmtes gehofft haben, dass Voldemort sich nicht auf ihre Länder konzentrieren würde. Wenn es ihnen gelingen würde, Voldemort und seine Todesser zu besänftigen, dann würde die internationale Zauberergemeinschaft einen offenen Krieg vermeiden können. Ein Krieg zwischen Zauberern wäre wirklich katastrophal. Es wäre nicht nur tragisch, weil es so viele Menschenleben kosten würde, es würde auch eine einzigartige Herausforderung darstellen. Der offene Konflikt würde die Welt der Zauberer den Muggeln eventuell offenbaren. Vielleicht wussten ausländische Regierungen wie das französische oder das amerikanische Ministerium von Voldemorts Rückkehr und sie hatten sich dazu bereit erklärt, nicht einzugreifen, wenn der dunkle Lord nur Großbritannien im Visio hatte. Ohne Beweise ist es schwer zu erraten, wie wahrscheinlich diese Beschwichtigungspolitik war. Auch wenn es keine formellen Konferenzen zwischen Todessern und ausländischen Delegationen gab, müssen sie in irgendeiner Form miteinander in Kontakt gestanden haben. Auch wenn sich die Regierungen der Zauberer nicht gerne in die Angelegenheiten anderer einmischten, mussten sie doch die internationalen Ereignisse genau im Auge behalten. Und Voldemorts zweiter Aufstieg war sicherlich etwas, das man im Auge behalten wollte und musste. Es gibt noch einen dritten und letzten möglichen Grund, den ich noch nicht erwähnt habe und erst vielleicht der umstrittenste von allen. Andere Länder könnten Voldemorts Position tatsächlich unterstützt haben. Wenn wir auf die Geschichte der Zauberergemeinschaft in Großbritannien zurückblicken, finden wir eine seltsame Tradition. Obwohl viele ihrer Wähler stolz darauf waren, reinblütig zu sein, kümmerten sich die Anführer der Zaubererwelt nicht so sehr um das Erbe der Reinblüter. Bei der Gründung der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei waren alle vier Gründer zunächst damit einverstanden, dass Heilblüter und Muggelstämmige in ihre Schule aufgenommen werden. Als Salazar Slytherin später seine Meinung änderte und alle außer Reinblütern verbannen wollte, verweigerten die anderen drei Gründer ihre Zustimmung. Wie du siehst, war die britische Zaubererwelt schon in ihrer früheren Geschichte ziemlich fortschrittlich, zumindest im Vergleich zu den umliegenden Nationen. Da wir so viel über die Geschichte der Zauberer und Hexen in England wissen, mag es seltsam klingen, die britische magische Gesellschaft als fortschrittlich zu bezeichnen, vor allem wenn man ihre Behandlung der Kobolde in Betracht zieht. Aber wenn wir unseren Blick auf die ethnisch homogeneren Länder ausdehnen, so wie der Nahe Osten und Asien, war ihre Politik weitaus konservativer und Voldemorts Position war vielleicht gar nicht so unkonventionell. Wenn wir uns nur die Muggelregierung von Japan ansehen, finden wir zahlreiche Beispiele für die Härten, denen nicht ethnische japanische Bürger ausgesetzt sind. Und jetzt nochmal ein Fazit am Ende. Am Ende werden wir vielleicht nie den wahren Grund erfahren, warum die internationale Zauberergemeinschaft Harry Potter und seinen Verbündeten nicht geholfen hat. Ich würde aber darauf wetten, dass es eine Mischung aus all diesen Theorien ist. Viele der Länder haben vielleicht nicht verstanden, was die große Aufregung sollte und andere wollten einfach nicht in einen Bürgerkrieg verwickelt werden. Hinzu kommt, dass Voldemort das Zaubereiministerium als Experte manipuliert hat und ausländische Ministerien hätten behaupten können, nichts von Voldemorts Aufstieg gewusst zu haben, obwohl sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass etwas nicht in Ordnung war. Was denkst du, was der Grund dafür ist, dass die anderen Länder Großbritannien nicht geholfen haben? Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.